Hallo aus meinem Büro, gleich geht es in Haushaltssitzungen. Wir sind ja jetzt kurz vor der Erstellung des Haushalts, das heißt Mittwoch und Donnerstag sind Sitzungen. Diese Woche werden wir beraten Bundesverfassungsgericht und das Justizministerium. Parallel dazu laufen natürlich in Anbetracht der Energiekrise auch weitere Gespräche in Sachen Uniperl, Übernahme etc. Welche Pakete können wir schnüren, um den Menschen in Sachen Gas- und Strompreis zu helfen. Das jetzt in dieser Woche.